Wenn's einfach wär, wird's jeder machen. Von Petra Hülsmann. Es liest Nana Spier. Hi, Frau Paulsen! Erschrocken fuhr ich zusammen. Fast wäre mir der Plastikbehälter mit Schokoladenkuchen heruntergefallen. Carla, eine meiner Schülerinnen aus der 5. Klasse, grinste mich fröhlich an. Ich erwiderte das Lächeln. Hallo, Carla. Sie deutete auf den eingetupperten Schokokuchen. Soll ich Ihnen was abnehmen? Ach, sie war wirklich ein ganz besonders nettes Mädchen. Das ist lieb von dir, aber ich schaff das schon. Und? Was hast du in den Ferien Schönes vor? Fährst du mit deinen Eltern in den Urlaub? Erkundigte ich mich, während wir nebeneinander in Richtung Schule gingen. Schon übermorgen hieß es für mich wieder Tag der richtigen Berufswahl, denn dann würden die Sommerferien beginnen. Nee, die müssen arbeiten, erwiderte Carla. Aber ich darf ins Reitcamp. Inzwischen waren wir auf dem Schulhof angekommen und unsere Wege trennten sich. Das Wertergymnasium war ein altehrwürdiges Gebäude, das unter hohen Eichen stand. Es zählte zu den besten Schulen der Stadt. Und ich konnte mein Glück noch immer kaum fassen, dass ich hier Musik und Geografie unterrichten durfte. Der Großteil der Schüler war freundlich und gut erzogen. Als Lehrerin konnte man es kaum einfacher haben als hier. Und Einfachheit war etwas, das ich in meinem Leben sehr zu schätzen wusste. Hey Annika, alles Gute zum 27., begrüßte mich Maike, meine Lieblingskollegin. Sie fiel mir um den Hals und drückte mir einen Blumenstrauß in die Hand. Hier, für dich. Dankeschön, sagte ich gerührt, stellte den Kuchen auf dem Tisch ab und steuerte gerade die Kaffeeküche an, um die Blumen in eine Vase zu stellen. Als unser Schulleiter, Herr Dr. Friedrich, rief. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie darum bitten, sich vor dem Nachmittagsunterricht im Lehrerzimmer zu versammeln. Wir müssen reden. Dann verschwand er in seinem Büro. Oh oh, raunte Maike mir zu, als ich die Blumen auf unserem Tisch abstellte. Mir schwant Böses. Was soll denn schon passieren? fragte ich. Wahrscheinlich geht es nur mal wieder um die Parkplatzsituation. Bis später. Ich griff nach meiner Schultasche und hetzte zur 8D, wo eine Doppelstunde Musik anstand. In den Pausen war ich mit der Aufsicht dran und schaffte es nicht mehr ins Lehrerzimmer. Daher war die Ankündigung von Herrn Friedrich schon völlig aus meinem Gehirn verschwunden, als ich mich nach Unterrichtsschluss zu meinen Kollegen gesellte. Meike saß bereits an ihrem Platz und auch Volker Dannemann, der so wie ich Geografie und Musik unterrichtete, hatte es sich auf seinem Stuhl bequem gemacht. Hey Annika, alles Gute zum Geburtstag, sagte er und deutete auf den Kuchen, der noch immer auf dem Tisch stand. Ist der für uns? Der lacht mich den ganzen Tag schon so an. Klar ist er für euch. Ich wollte gerade den Kuchen anschneiden, als Herr Friedrich ins Lehrerzimmer kam. Ich will gar nicht lang drum herum schnacken. Über den akuten Lehrermangel in Hamburg müssen wir nicht diskutieren. Die Situation ist hinlänglich bekannt. Uns hat ein Hilferuf der Astrid Lindgren Schule in Ellerbrook erreicht. Ein Raunen ging durchs Kollegium. Gott steh uns bei, die ALS, stieß Meike aus. Die Astrid Lindgren Schule war eine in Lehrerkreisen berüchtigte und weithin gefürchtete Stadtteilschule in einem der größten Problembezirke Hamburgs. Herr Friedrich fuhr gnadenlos fort. Die Kollegen benötigen dringend Unterstützung in den Fächern Musik und Geografie. Huch, das Herz rutschte mir in die Hose. Herr Friedrich seufzte. Ich weiß ja, dass die Astrid Lindgren Schule nicht den besten Ruf genießt, aber es ist nur für ein, zwei Jahre, maximal drei. Für drei Jahre? Um Himmels Willen. Ich habe dieses Szenario bereits durchdacht und mit dem Personalrat besprochen. Er hat meiner Entscheidung zugestimmt. Ich knetete meine Hände, während ich innerlich Hieronymus den Schutzpatron der Lehrer anflehte, diesen Kelch an mir vorübergehen zu lassen. Frau Paulsen, hörte ich Herrn Friedrichs Stimme. Ich denke, Sie sind genau die Richtige, um das Team an der Astrid Lindgren Schule zu unterstützen. Mein Atem stockte und in meinem Kopf begann es zu rauschen. Sie sind eine ausgezeichnete Lehrerin, fachlich sehr kompetent und Sie haben ein exzellentes Händchen im Umgang mit Kindern. Meine Kollegen, allen voran die Herrschaften aus dem Personalrat und die Glücklichen, die aus dem Schneider waren, nickten zustimmend und klopften mit den Fingerknöcheln auf die Tische. Herr Friedrich rückte seine Krawatte zurecht. Nach den Sommerferien können Sie an Ihrer neuen Schule durchstarten. Was? rief ich entsetzt. Das ist auf den ersten Blick vielleicht alles etwas kurzfristig, aber die ALS braucht sie wirklich ganz dringend. Was für eine schreiende Ungerechtigkeit, dass es ausgerechnet mich erwischt hatte. Da musste dieser blöde Hieronymus doch wohl gepennt haben. Na schön. Ich stand auf und deutete mit ausgestrecktem Finger auf den Kuchen. Aber den gibt's dann nicht. Mir war klar, dass das albern war. Aber es war die einzige Form von Protest, die ich äußern konnte. Herr Friedrich erhob sich ebenfalls. Das ist sehr schade, aber durchaus nachvollziehbar. Bitte kommen Sie doch morgen noch einmal in mein Büro, damit wir die Formalitäten erledigen können. Damit verließ er das Lehrerzimmer. Wie versteinert ließ ich es über mich ergehen, dass Maike, Volker und sämtliche anderen Kollegen mir ihr Beileid bekundeten oder aufmunternde Worte von sich gaben. Irgendwann konnte ich es nicht mehr ertragen. Ich packte meine Sachen zusammen und verließ die Schule. Was für ein Geburtstagsgeschenk. Die Fahrt mit der S-Bahn nahm ich wie durch einen Nebelschleier wahr. Ich war so in meine finsteren Zukunftsaussichten vertieft, dass ich beinahe meine Haltestelle verpasst hätte. Niemand konnte behaupten, dass Eilbeck, der Stadtteil, in den meine beste Freundin Nele und ich vor drei Monaten gezogen waren, vor Schönheit nur so strotzte. Hippe Kneipen und Restaurants suchte man vergebens. Aber alles, was wir brauchten, lag in fußläufiger Entfernung von unserer Wohnung. Wir hatten eine Stammkneipe, einen Kiosk, zwei Supermärkte und eine Chibo-Filiale, in der ich die Non-Food-Artikel kaufen konnte, die ich heiß und innig liebte. Wir wohnten nur zwei Minuten vom Park und dem Eilbeck-Kanal entfernt, an dem entlang man bis zur Alster spazieren konnte. Also, was wollte man mehr? Kaum hatte ich aufgeschlossen, kam Nele aus der Küche geschossen. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Sang sie laut und ziemlich schief. Doch ihr Strahlen und die Erdbeer-Geburtstagstorte mit Wunderkerzen drauf, die sie in der Hand hielt, machten den Gesang wieder wett. Aus der Küche kamen zwei weitere Gestalten. Der eine groß und breitschultrig, der andere klein und stämmig. Sebastian und Kai, unsere Nachbarn, die wir irgendwie mitgemietet hatten, auch wenn sie nicht im Mietvertrag standen. Während des Einzugs waren sie beim Möbelschleppen und Aufbauen behilflich gewesen und seitdem waren sie immer zur Stelle, wenn es etwas zu reparieren gab. Im Laufe der Zeit kam Nele und ich dann dahinter, dass sie im Gegenzug sehr gerne zur Abendbrotzeit bei uns auftauchten, um sich bei uns durchzufressen. Alles Gute zum Geburtstag, sagte Sebastian, der große, breitschultrige, und grinste mich an. Mit seiner überaus direkten Art gelang es ihm andauernd, mich aus dem Konzept zu bringen. Außerdem hatte er ein Tattoo auf dem rechten Oberarm und tätowierte Männer waren mir irgendwie suspekt. Wir kannten uns seit drei Monaten, aber ich wusste immer noch nicht so genau, ob wir uns nun verstanden oder nicht. Von mir auch alles Gute, Anni, sagte Kai und fuhr sich mit der Hand verlegen über die 5mm Borsten auf dem Kopf. Kai redete nicht besonders viel, weswegen Nele und ich anfangs geglaubt hatten, er wäre ein großartiger Zuhörer. Doch er schwebte gedanklich meist einfach nur in völlig anderen Sphären. Er liebte World of Warcraft und Fantasy-Live-Rollenspiele, die er immer LARP nannte. Außerdem schrieb er an einer Herr-der-Ringe-Fanfiction, die er mir vor einer Weile mal zum Korrekturlesen gegeben hatte. Ich fand seine Story ziemlich spannend und las seitdem regelmäßig die neuen Kapitel. Nele deutete auf die Erdbeertorte. Lasst uns bitte endlich diesen Kuchen essen, der wird allmählich ganz schön schwer. Kai, Sebastian und ich folgten ihr in unsere winzige Küche. Nele platzierte die Erdbeertorte auf dem Tisch und holte eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank. Ich stellte meinen unangetasteten Schokokuchen auf der Arbeitsfläche ab. Dann ließ ich mich kraftlos auf einen Stuhl plumpsen. Nele klatschte mir und den Jungs je ein dickes Stück Torte auf den Teller. Ich hoffe, er schmeckt! Kai verzog das Gesicht und Sebastian schüttelte sich. Auch ich musste mich schwer zusammenreißen, um keine Regung zu zeigen. Der ist ganz pur, ohne Chemie und vor allem ohne Zucker, erklärte Nele prompt. Es ist ja der reine Wahnsinn, wie viel Zucker wir uns tagtäglich reinstopfen. Ich schluckte schwer und nickte zustimmend. Dies war immerhin mein Geburtstagskuchen, den Nele extra für mich gebacken hatte. Mh, schmeckt lecker! Sebastian schob seinen Teller von sich weg. Da ist kein Zucker dran. Und so schmeckt er auch. Ist der echt so schlimm? fragte Nele. Ja, sagte Sebastian. Ein bisschen sauer vielleicht, sagte Kai. Nele nahm ihre Gabel und schob sich etwas von dem Kuchen in den Mund. Es dauerte etwa drei Sekunden, bis auch sie angewidert das Gesicht verzog. Mh, ach du Schande, der ist ja grauenhaft. Er ist mit Liebe gebacken, das ist die Hauptsache, meinte ich. Mh, murrte Nele. Sowas Blödes. Das kommt nur von dieser dämlichen 40 Tage ohne Zucker-Challenge, die momentan so angesagt ist. Nele arbeitete in einer Werbeagentur und hatte ein ziemlich gutes Gespür dafür, Stimmungen und Tendenzen wahrzunehmen. Tut mir leid, dass dein Geburtstagskuchen so missraten ist. Sag mal, von deinem Schokokuchen ist nicht zufällig was übrig geblieben? Doch, sagte ich. Ich nahm das große Messer, teilte den Kuchen auf und gab jedem ein Stück auf den Teller. Nele schob sich eine Gabel voll in den Mund und schloss kurz darauf die Augen. Mh, oh mein Gott. Anni, du backst so gut. Ich schwöre dir, eines Tages werden wir definitiv unser Café eröffnen. Das war eine unserer Lieblingsfantasien. Das würde ich lieber heute als morgen tun, das kannst du mir glauben. Ich habe vorhin nämlich eine absolute Hiobsbotschaft bekommen. Ich muss an die schlimmste Brennpunktschule Hamburgs. Aber wieso ausgerechnet du? Die können dich doch nicht dazu zwingen, rief Nele. Sebastian sah mich übertrieben mitleidig an. Schon heftig, wie übel das Leben dir mitspielt, du armes Akademiker-Töchterlein. Was weißt du schon über mein Leben? Nicht besonders viel, oder? Also halte dich mit Urteilen über mich lieber zurück. Wo genau ist denn deine neue Schule überhaupt? Wollte Nele wissen. In Ellerbrook. Es ist übrigens die Astrid-Lindgren-Schule. Sebastian brach in lautes Gelächter aus. Die ALS? Das ist meine alte Schule. Nicht zu fassen, dass du Lehrerin an meiner alten Schule wirst. Du kommst aus Ellerbrook? fragte ich entgeistert. Sebastian schlug sich mit der Faust zweimal auf den Brustkorb. Mein Ghetto. Geboren und aufgewachsen. Tja, sieht so aus, als wüsstest du auch nicht viel über mein Leben, was? Ich habe nie etwas anderes behauptet, sagte ich und deutete auf seinen Oberarm, auf dem sich das Adler-Tribal befand. Dann ist das da ein Gang-Tattoo, nehme ich an. Oder ein Knast-Tattoo? fragte ich gespielt unschuldig. Das Lachen verschwand aus Sebastians Gesicht. Es ist weder ein Gang- noch ein Knast-Tattoo. Es gab vielleicht mal eine Zeit in meinem Leben, in der ich ein Idiot war, aber ein so großer Idiot dann auch wieder nicht. Ich konnte meine Neugier kaum zügeln, doch Sebastian war deutlich anzusehen, dass er nicht vorhatte, weitere Auskünfte zu erteilen. Als Kai und Sebastian später gegangen waren, öffnete ich noch eine Flasche Sekt und ging mit Nele in mein Zimmer, wo wir es uns auf dem Fußboden bequem machten. Danke. Danke. Vielen Dank.